Das Autohaus Hartwig finden Sie im Gewerbegebiet Rügeau, gleich vor den Toren der Hansestadt Wismar. Wir sind heute in der Werkstatt des Autohauses mit Hannes Böttcher verabredet. Der Kfz-Mechatroniker präsentiert uns die neuste Investition des Autohauses Hartwig, eine hochmoderne, computergestützte Achsvermessungsanlage. Ein typenoffener Service der Kfz-Experten vom Autohaus Hartwig. Wir begleiten die Achsvermessung heute bei einem Renault. Wie läuft das in der Praxis ab? Man muss die Achse einstellen, um sicherzustellen, dass die Reifen vernünftig abfahren. Weil wenn die Reifen einseitig abfahren, hat man an dieser Stelle weniger Grip. Dann ist es natürlich wichtig, dass das Fahrzeug geradeaus fährt und nicht links oder rechts und einfach nicht der Straßenfahrbahn folgt. Also, wenn das Auto aufgebockt ist, wird erst einmal manuell und auf Sicht geprüft. Dann kommt der vorgeschriebene Luftdruck. Jetzt wird die Technik installiert und tariert. Hannes hat natürlich einen aufwendigen Kurs besucht, um die Anlage professionell bedienen zu können. Das System erkennt geringste Abweichungen. Diese können dann genauestens nachjustiert werden. Achsvermessung, es gibt keinen Zeitraum dafür, auch keine Kilometer. Wenn was am Fahrwerk ausgetauscht wird, dann sollte man es machen. Oder wenn das Lenkrad schief steht oder man ist überall irgendwo rübergefahren. Dann ist es wirklich wichtig. Kurze Zusammenfassung. Wenn Ihr Reifenprofil ungleichmäßig stark abgefahren ist, Ihr Lenkrad bei einer geradeausfahrt nicht vollständig gerade läuft, Ihr Fahrzeug während der Fahrt nach rechts oder links zieht oder Ihr Auto trotz gerader Strecke beim Bremsen zu einer Seite zieht, dann wird es höchste Zeit für eine Achsvermessung. Am besten, Sie lassen es gar nicht erst so weit kommen und checken Ihr Auto mindestens einmal im Jahr mit einer Achsvermessung. Dann ist das Fahrwerk optimal eingestellt. Das sorgt für mehr Sicherheit. Schäden am Fahrwerk werden frühzeitig erkannt. Wir vermeiden so ungleichen Verschleiß der Reifen und sorgen für eine bessere Laufleistung und weniger Verbrauch. Noch Fragen zur professionellen Achsvermessung? Dann auf zu Ihrem Autohaus Hartwig. Die Achsvermessung erfolgt hier mit modernster Technik, typenoffen und zu fairen Preisen.